da ja stabil und dann fahren wir gleich hier schon zum anker ja das nervt mich eh oder ich hätte keinen weiter erkundet gut ich glaube so viel war da nicht mehr da ist noch genug das bringt nichts wenn wir jetzt nacheinander sterben ist richtig gefunden ich habe einen guten tod gefunden da war gerade die länge immer so brutal hin oder aus bett und kommt wohl ich hoffe er macht das schloss nicht gut aber bis sowas sollten uns vielleicht ein unterstand hier bauen ja das ist eine gute idee für den so ich habe nämlich gefunden da dauern vögel noch nicht wir müssen noch mal weg das haben wir schon erforscht das haben wir auch schon erforscht ich habe ehrlich gesagt ob ich ob ich unter der treppe sicher bin ja gibts essen norbert gekochtes irgendwo in den kisten essen trinken muss ich dann auch gleich außer es ist schon alles wieder aufgebraucht ich glaube es ist schon alles wieder aufgebraucht dann muss ich meine ich habe sand gefunden alex ich habe auch sand und habe ich dann gibt her ich mache uns gleich mal ein trockenen ziegel dann können wir einen schmelzofen erforschen herstellen nachher und dann können wir schon einmal metall herstellen und dann hast du schon geworfen da ja da schwimmt es weg gerade da also ich weiß nicht wo du hier ist es liegt da ja da liegt nämlich was im wasser was getroppt oder seile eine angel brauche ich wieder seile ananas hast doch jede menge drinnen liegen glaube ich die anna ist nass die anna ist nass legt den ziegel jetzt einfach dahin und der trocknet dann irgendwann kann ich ihn nehmen oder was ja ok ein großes feuer oh klaus weil wir haben jetzt viel wir kommen wir kommen im schmelzofen mit der richtigen zeit ich höre ich höre was du nicht hörst aber ich muss sagen jetzt weiß ich ja wie man an das kommt jetzt weiß ich wie man an lehm und an sand kommt ich habe den hack nie ausprobiert irgendwie ich bin sicher mit falsch ausprobiert ich habe keine samen mehr vogel vogel ich habe den sperr ich muss menschwerb an sich gerade das ist ich habe jetzt wieder zwei ananas geerntet und habe keinen samen bekommen den samen kriegst du von mir nur wird da wird hier für dich für schrott direkt am boden habe ich extra für dich danke so jetzt müsste ich mich noch erinnern was ich mit schrott bauen im beet ah danke gott sein hat er mich erst ja wirklich aber komischerweise dort wo sachen draufstehen da geht der high nicht hin oh ja oh ja geht er auf und dann verschwindet das ding sogar er geht halt nur auf die äußeren sachen und wir haben halt nichts auf die äußeren sachen hingestellt deswegen habe ich auch rund um diese netze nochmal eine dings dass er kein netz frisst das heißt da müsste man dann auch noch eine schicht bauen genau da frisst er dieses dingste quasi ich möchte jetzt ein beet herstellen zum beispiel stell es da mal da irgendwo in die mitte an wir können es dann nachher noch umblatzen alles ah das geht ja 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 umblatzen müssen wir auf jeden fall dann gut haben wir da jetzt ich merke grad oh da haben wir genug zumindest einmal oh da haben wir da haben wir jetzt jetzt haben wir im geschäft wieder wie lange dauert denn der tonart ich hab ur Bock dass der ton endlich trocknet das dauert ich glaub 10 minuten oder so sicher soll man nachschauen gehen was du da angestellt hast penny ha hm stellst du dir was an oder was eigentlich ur wenig in kater sie geht's gern aber sonst und lebesbedürftig nein spaß ohne sind alle lebesbedürftig ich sollte was trinken das kann ich mir mal und essen gönner ist er also ich glaub ich kann die wildschirmköpfe ich hab noch einen wildschirmkopf falls noch einen eintragen will Norbert jedes mal ein gerüch ey er ist irgendwas besonderes glaub ich nachdem uns dann mal ja eh vor allem ich find beim herr ist cooler wenn man da die zähne sieht das stimmt das ist beim herr wirklich cooler da kann man zwei festocken zu wenn wir dann metall haben dann ist super weil dann das dauert nimmer lang alex können wir richtig ne ein bisschen dauert so warum wir haben es zu schwelzhofen den haben wir ja noch nicht ja aber ich hab schon gesagt also ich hoffe dass ich nur einen brauche wir hätten schon viel früher metall haben können und ist mir grad eingefallen ja ich weiß wie brauchst du nichts sagen ich hab nichts gesagt aber finde ich cool ich bin stolz von mir ich hab's nämlich selbst rausgefunden naja fast das mit dem haken hab ich nicht rausgefunden ich hab das haken sahen gesehen ich hab den haken drauf geworfen aber irgendwie hab ich das falsch gemacht ich muss das abbauen das hab ich aber nicht gewusst ich hab den haken drauf 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 gewusst auf den haken drauf gewusst ich hab den haken drauf gewusst auf den haken drauf gewusst Entschuldigung. Das ist wohl für euch gefressen. Das ist wirklich lust. Hast du jetzt beide Fleisch gefressen, du fette Sohler? Warte daheim. Na gut. Ah, halb so schlimm. Halb so schlimm, halb so schlimm. So schön. So. Was ist so? Wo ist das angestellt? War nix. Na da, eh brav er. Ja? Warte, was ist das? Ah, du hast Trinkglas gefunden, Alex. Bolzenscharnierglas. Du hast gute Sachen gefunden. Ich weiß. Zwei Kisten oder so. Ich darf nicht. Geh mit ein paar Alenplätze ein. So in der Insel. Was ist das, was du hast? In der Insel war es nicht schlecht. Da ist links eine Insel. Ich weiß gar nicht, ob wir von der jetzt gerade gekommen sind. Da links ist eine große Insel. Ich weiß gar nicht, ob wir von der jetzt gerade gekommen sind. Das ist schwer zu sagen. Na fahren wir mal hin, oder? Na leider, dann ist die selbe wieder. Dann werden wir wieder vom Vogel gefisst. Ach scheiß doch. Aber was ist, wenn das nicht die selbe ist? Weil wir sind jetzt die ganze Zeit in die Richtung eigentlich gefahren. Achso. Achso, wir sind in die Richtung gefahren. Warte mal. In die da. Das heißt, es dürfte von uns rechts keine Insel eigentlich sein. Links. Ach scheiß doch. Ach scheiß doch. Fahr mal einfach weiter. Weil wie ihr schon sagt, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Insel ist. Und ich habe jetzt keinen Bock. Dass wir alles zurückfahren und dann... Nein, nicht zum Sterben, aber dass wir alles zurückfahren und dann waren wir dort schon. Aber dann werde ich mich mal um den Unterstand kümmern. Ja, das habe ich mir auch gerade angeschaut. Mit so einer Holzpyramide oder so? Oder mit so einem Dach? Ja, ich mache gerade einfach ein... Ein... Achso, aber das ist ein bisschen zu kurz, oder? Dann können wir nicht mehr springen. Alex. Was willst du denn springen? Da wollen wir es nicht ein bisschen höher machen, oder wollt ihr es nur so kurz machen? Ich wollte es auch höher machen, ja. Nein, wir können noch einen kleinen Urheilstand so machen und dann können wir so eine kleine Kajüte auf die Art. Ja, stimmt. Und dann können wir was anderes auch mal machen. Weil ich glaube, der Vogel macht eh keinen Schaden drauf. Auf unsere Sachen. Ja. 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 Blöde Frage. Habt ihr euch schon mal das Buch durchgelesen? Ja. Hast du durchgelesen? Da wird etwas von einem Funkgerät gesagt. Achso. Wenn wir das dann theoretisch nicht dabei haben. Ja. Na, dann kannst du alles ausfinden müssen. Okay. Hä? hinten? Das Floß ist zu groß, oder? Weil wir es nicht so... Jetzt schon, eigentlich. Wir kriegen das nicht verteidigt, was der Halt macht. Das ist auch frisch, das ist ein bisschen... Kolateral. Ja, das ist nur Kunststoff und Holz. Wir können ja da eine bessere Schicht außen machen. Größer machen sie das eh nicht mehr. Was hast du gesagt? Größer machen sie das eh nicht mehr. Das reicht, ich seh es. Trockenziegel! Endlich! Scheiße, wir brauchen sechsmal Trockenziegel, oder? Wir brauchen noch fünfmal Trockenziegel. Haben wir noch keine Ahnung. Hoppala. Ja, hoppala! Er wollte es mir klauen. Nein, ich will es mir klauen. Achso. Aber ich finde das Spiel ur-cool. Ich finde es ist eine Abwechslung zu dem, was wir bis jetzt immer gespielt haben. Auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist, ich finde es unentspannter mit euch auf dem... Sorry, Norbert, du bist gestern aber auch entspannt. Ja komm, Norbert wollte halt Remnant spielen. Und du hast nicht gegönnt. Ja, ich habe ich nicht gegönnt. Ich bin halt ein Nichtsgönner. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zum Essen und fällt mir gut auf. Ich brauche was zum Essen und fällt mir gut auf. Und dann sag das doch gleich. Er redet nicht. Durch. Ich habe keine Seile. Rechts ist eine Insel. So, in der ganz rechten, naja, nicht in der ganz rechten, in der Kiste daneben. Viel Spaß mit den Seilen. Insel voraus. Da kann ich einen abseilen. Insel voraus. Kannst machen, ja. Weil ich nehme einen für die bessere Angel, haben wir, warte mal, haben wir einen Bolzen? Könnte es sein, dass wir schon haben. Darf ich mal einen Bolzen nehmen? Ja. Ja, nehm. Drei Schrot, weil dann könnte ich meine bessere Angel schon machen. Weil ich jetzt noch Schrot finden würde. Nope, Schrot haben wir dabei nicht. Ich habe fünf Schrot. Ah, okay. Liegt da am Boden. Danke. Ah, ah, ah. So, Alice, kannst du das in die Aufpassungspur ein bisschen? Ich brauche halt Ton oder ich weiß halt nicht, wie Ton ausschaut. Ah, da ist Ton, glaube ich. Nein, das ist Kupfer. Frisches Wasser. Ah, das ist Kupfer. Ach, frisches Wasser. Das ist Kupfer. 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 Ich bin auf der anderen Seite, ob da was ist. Einfach nur mit dem Haken? Ja. Nein, dann bleib du da oben. Okay. Na, einer muss ja, was sonst... Ok, passt, passt Ich bin am Boot Ja Wir haben kein, wir haben kein, äh, na? Ein, also Haken Schon, aber den wollten wir halt dafür jetzt nicht verschwenden, sozusagen Ähm, es gibt nämlich, unten im Wasser, gibt's so... So Sandhaufen, so auf der Art, braune und weiße Genau, Sand und Kupfer Äh, Ton Ton Aber ich find halt viel mehr Sand als Ton Muss ich ehrlich gestehen Wir geh noch nichts runter Also ein bisschen am Floß bleiben Dann können wir gehen Doch Kupfer